hallo hier ist martin von meine mankees das die dachsanalyse für donnerstag den 22.06.2023 und unserem dachs geht es nicht gut der war so viel achterball gefahren zu viel runter hoch und so weiter das sieht nicht gut aus wird auch nicht hübscher war auch im tagsverlauf ich glaube wir hatten im dritten update oder so diejenigen die von uns update bekommen haben da habe ich schon geschrieben das sieht nicht gut aus letzte update war es wird nicht besser und es war keine glanzleistung wir hatten gestern gesagt 1661 ist so für mich das signalgebende marke nach oben darüber würde ich long suchen wir hatten gesagt unten könnte er wenn er denn zwischen 16100 und 1650 sich auftritt und dann über 16160 steigt in den konter ziehen das hatte im ansatz versucht er hat vieles versucht wenn man die wochen mal rückwärts rückwärtig betrachten er hat immer viele sachen probiert die im ansatz die basis für einen konnte sind aber es ist immer keiner darauf eingesprungen das hat immer keiner das signal umgelöst das geht das geht jetzt schon die ganzen tage so ne also egal ob das dienstag mittwoch egal ob das dienstag oder mittwoch war nie die die den schalter umgelegt gekriegt und das jetzt eben auch nicht zum mittwoch und auch nicht zum montag und im ergebnis immer weiter runtergerutscht wir hatten gesagt im nächsten bereich nachdem er die 16 120 zum vortag schon bearbeitet wurde hat man gesagt das nächste ziel ist dann die gäbe zone hier zwischen 16 6 und 16 15 9 75 15 9 60 hier an dem geb da unten und das ist mir jetzt eingelaufen sind jetzt schon auf der 16 6 und damit exakt auf der vor wochen eröffnung das heißt ich brauche mir keine kein wochenart angucken um zu sehen dass das scheiße aussieht weil das eine schöne grüne wochenkerze oben aus der mensch ist auf ein neues allzeithoch ein signal der stärke der überzeugung und der kraft und wenn danach eine rote wochenkerze kommt die das komplett ummantelt und ich sag mal schon zum donnerstag die komplette bewegung der vorwoche abgearbeitet hat oder eigentlich schon zum mittwoch abgearbeitet hat dann sollte das zur vorsicht machen denn lässt er das so stehen könnte das tatsächlich dann ein umkehrsignal werden woraus er setzt er nimmt es denn auch an wir haben ja über das scenario gestern schon gesprochen dass es möglicherweise auch sein kann dass er wirklich ja einfach dass es dieses umkehrsignal setzt und dann aber trotzdem nach oben bedient aber das sehen wir jetzt hier unten wie er jetzt hier arbeitet naja wie an den marken reagiert kann man das dann das genauer ableiten und ihnen ein bisschen quasi durchs licht ich weiß mir fallen die worte nicht ein diese brauche wir können ihm quasi das so ein bisschen entlocken was er zu verschleiern versucht naja vielleicht kann ich so gut umschreiben indem wir hier dann schauen wie wir wirklich in dem unteren bereich reagiert wenn er denn da überhaupt noch hinkommt oder noch in dem gap hier macht er jetzt nur an dem gap hier jetzt wieder hoch beispielsweise mit so einer klassischen donnerstags freitags die ganzen letzten wochen immer wieder gesehen haben indem er einfach mal nach oben und nach unten tritt dabei auch wieder skeptisch machte muss nicht mal genau darauf drehen das kann auch nur 9 40 während irgendwie in diese das geht an unseren m bild der hatte danach gefragt technik oder analyse techniken bei der erkennen kann wie oft ein bestimmtes niveau gehandelt wurde und mehr gewicht dadurch bekommt das hat man jetzt bei uns erst im chat auf der website diskutiert das ist dann halt hier genauso diese dieses areal halten hier hast du viel umsatz gehabt hier war der markt lang habe ich viele kerzen das heißt schon allein über das market profile habe ich hier einfach eine gewisse aufmerksamkeit auf der spanne und dass da rein da rein einfach da rein 9 60 9 40 irgendwie hier oben mal antäuschen vielleicht keine ahnung 16 60 16 70 an rupfen dann rote stundenkerze rein knallen einmal runter auf 9 40 bis 15 30 die leute komplett verunsichert und dann hinten raus wieder hoch das würde zum donnerstag jetzt wirklich gut reinpassen halt ne für den fall er will wirklich noch mal nach oben irgendwie versuchen was wieder ins grüne licht zu rücken ja und dreht er von hier unten dann mit grünen stundenkerzen hoch im bereich um 9 75 oder 9 60 9 40 fette grüne stundenkerzen wieder nach oben dann kann der gut und gerne auch ganzen meter wieder hochkommen also auch wirklich ganz mit der kann von hier unten letztlich aus dem kopf los in den kopf los hier oben rein rennen na also bis 16 200 das sind gut 250 punkte potenzial da würde ich persönlich genauer hingucken das kann er zum donnerstag freitag geben wenn er sich gut anstellt ja grundsätzlich nehmen wir auch zur kenntnis ist ein wichtiger bereich der hier schon erreicht ist ja also ein bisschen feinfühlig sein verändert sich jetzt das marktverhalten sehen wir plötzlich mehr aktionen auf den grünen kassen als auf den roten dann kann das hier sogar reichen für einen rücklauf also der bereich hier zwischen 16 da wo wir jetzt schon dran waren ja die 16 6 und der 15 49 das ist ein wirklich attraktiver um per umkehr bereich für eine bewegung in die 200 und auch 300 rein ja vorausgesetzt er zieht eben nicht das rote käschen komplett durch sondern macht hier einen kurzen rücklauf und eine neue allzeithochs dann ist der bereich hier super hat super attraktiv und der dann aber auch noch mal ja und deswegen zum donnerstag wirklich ein bisschen aufmerksamkeit reingucken ich würde mich nicht gegen grüne kürzen short dagegen stellen ja auch wenn wir gesagt haben er täuscht ihr bestimmt mal oben an und knallt dann nach unten runter ich würde dann schorten wollen das wäre mir jetzt zum donnerstag hier ein bisschen zu heiß wenn grünen stundenkerzen kommen wenn rote kann man natürlich was draufladen dass das nicht verboten dann hat man ja eine schwäche mit auf seiner seite die im kurzfristigen abwärtstrend im durchaus einen short rechtfertigen kann das finde ich okay aber ich persönlich würde nicht so lange der auf grünen stundenkerzen steht schortung weil im zweifel läuft der hoch an die 1 20 und steht er plötzlich über 1 30 1 60 für das was man am vortag sehen wollten und dann legte sich zum freitag ja noch mal so ein meter nach oben steht da geht er an der geht er die woche dann raus zu 16 24 zur wocheneröffnung quasi dann hat er die komplette woche umgekehrt das kriegt der donnerstag freitag hin und wir kennen unseren dax wie oft macht der so eine scheiße das macht er oft und das ist einfach ich will nicht sagen dass er da hoch geht ich will wirklich nur sagen passt einfach ein bisschen auf wenn er seine bewegungsverhalten jetzt ändert wenn er plötzlich stark wird wenn er plötzlich anfängt nach oben zu treiben weil viele von euch hier wahrscheinlich ein short mit dabei gewesen sind ja vielleicht sogar short dabei sein wollten aber nicht eingestiegen sind weil es nicht getraut haben und so weiter und so fort erfahrungsgemäß steigen diejenigen jetzt dann short ein wenn er anfängt zu steigen das ist man nicht richtig ja man kann es passieren dass man am freitag in dem short sitzt der irgendwo bei 16 30 gestartet ist und das ding sitzt an 250 punkte minus ja also da da einfach ein bisschen vorsicht weil das wäre ein typisches szenario für den dax das wäre ein typischer ablauf wenn es nicht legitim wenn wir den aber hochdrehen sehen und er geht der dreht sich auf roten stunden kerzen dann das ist vollkommen legitim dieses schaden ich persönlich würde meinster bloß dann aber immer über diese kerze legen für den fall der fälle er konntet es doch aus und drückt weiter nach oben und dann kann man ruhig so lange der auf roten stunden kerzen schiebt auch das halten also da spricht auch nichts dagegen dann ein bisschen mutiger zu sein und unten raus ein bisschen was fordern wie gesagt ich könnte mir vorstellen 69 49 aber es ist auch nicht verboten hier einfach auf eine 57 zu shorten ist ich weiß nicht ob ich das machen würde wahrscheinlich eher nicht aber verboten jetzt nicht ja ich würde wahrscheinlich dann hier am geld los schon schon bis was mitnehmen und mich verkrümeln wenn ich denn was drin hätte aber das ist das ziel das ist das bewegungsziel von der dass die welle das ist das potenzial das hätte er als option und das kann auch erreichen das sollte man auch ein bisschen vor augen haben für diejenigen die in den roten kerzen lang suchen macht man nicht aber das haben wir die letzten tag schon immer mal besprochen ja also passt einfach ein bisschen auf das wird hier wirklich jetzt ein interessanter bereich in der markt hat ein schönes schönes bewegungsverhalten momentan drauf auch wenn es intraday recht träge wirkt aber wir laufen hier gut punkte ab ja also die vorwoche sind mir hier gut 400 punkte nach oben geschmatzt da kann man sagen okay war ein bisschen verfallstags getrieben jetzt aber hier auch schon wieder 400 punkte zurück das ist schon attraktiv da kann man geld holen da kann man sich was holen ja muss man bloß dranbleiben und es sieht auch momentan nicht so aus wie es geht hier fahrt raus also wie gesagt na also hier das bild das habe ich auch nicht umsonst habe schon eins vorbereitet für nächsten tag wir haben ja gestern gesagt der markt beschleunigt gerne mal in eine bewegungsrichtung noch mal auf das haben wir auch noch nicht gesehen hat noch nicht beschleunigt wenn er jetzt zum donnerstag beschleunigt unten raus das kann richtig knallen deswegen ich würde nicht während er auf roten stunden kerzen steht long gehen hier das ist mir das risiko zu gründen aber wenn er hier unten auf grün umdreht das würde ich probieren ich würde es probieren ja freunde und damit blasmas dabei ich wünsche euch viel erfolg zum donnerstag gutes klingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss